Hallo meine Lieben, ich bin Stefanie Cascada und ich zeige euch die Schokolade was ich in Flumark gekauft habe. Ikea Flumark Milka Schokolade. Drei Tafeln Milka Schokolade haben zwei Euro gekostet. Da waren acht Stück solche drin für ein Euro. Die haben nie so gut geschmeckt. Ich gebe die sieben Punkte und Milka natürlich zehn Punkte. Ich liebe Milka über alles. Ja und eine große Tüte in Kokos Geschmack. So eine große Tüte in Kokos Geschmack war für ein Euro und ja und dieser Geschmack, das ist Nüsse Geschmack, auch so eine große Tüte, auch ein Euro. Ja und ich habe noch viele Schokolade gekauft. Ich zeige euch nächstes mal. Okay und tschüss und bis bald. Schokolade